Hallo Freunde, zurück zu einer neuen Folge Fallout 76 nach der Urlaubspause. Wir sind hier am Flughafen von Morgentown und ich muss, um weiterzukommen, dem Log des Overseers lauschen. Und das werde ich jetzt tun. Wo war das hier noch? Halt, Quatsch. Mit einem Hollow. Ich habe Hollow übersprungen, da. Sie sind überall. Ich durfte quieten. Sie haben mich nicht gesehen. Ich habe sie versucht, um ein bisschen zu sehen. Whatever diese Krankheit ist, scheint es zu komplett übernehmen. Diejenigen, die zu sein Mensch sind, plötzlich werden sie riecht, wie eine Art Stasis. Und wenn sie so bleiben, dann wird sie zu lange, dann wird sie sich auf die Inhalte ausgewertet werden. Die Vesuvie ist in Reverse. Ich wundere, was könnte all das all das alles passieren können. Und dann habe ich meine Antwort. Es schwebt aus dem Meer, schweizend, schweizend. Infecting everything! Ich weiß nicht, wie es zu kämpfen. Aber wir müssen alle unsere Optionen considerieren. Auch für die Nukes. Wir finden die Sorge von diesem Skorched Plague, und es aus der Mathe, bevor es auf die Appalachie geht. Aber erstens. Wir können nicht die Krankheit zu uns verbreiten. Es sieht, wie die Antworten entwickelten eine Art Inoculation. Ich werde ihre Arbeit aufnehmen. Ihr solltet auch. Das ist der Anführer. Aufrufe. Das hatten wir beim letzten Mal schon angehört. Und jetzt müssen wir über dieses Inoculation Project was rausfinden. Yes! Ich habe mal Glück gehabt. Wenn man nicht jemanden klaut. So, und jetzt hier drin. Hier oben müsste das sein. Da hat mich beim letzten Mal, hat mich ja dann die Questmarke ein wenig irritiert. Gutes Radaway, gutes Surgical Tray. Einmal außen rum. Natürlich schon wieder überladen. Ich muss jetzt mal bei den Hilfsmitteln, wenn ich nicht mal im Camp bin. Sachen aussortieren. Das lernen wir erstmal über dieses Projekt hier. So. Folks, I've got some exciting news to share. As you all know, Dr. Hudson has been continuing her research in the labs at AVR Medical. Well, she just reported in to let us know that she's made a significant breakthrough and it looks like an inoculation against the scorched plague could soon become a reality. Let's all keep our fingers crossed and make sure to do everything we can to help Claire complete her work. Our very survival depends on it. This is our research. Introduction. Those of us struggling to survive in the post-war world face countless threats. The search for safe and sustainable sources of food and water would be enough to challenge anyone, but the strange mutated creatures appearing throughout the region greatly increased their danger of day-to-day life. None of these threats, however, compared to the scorched. To better understand these monsters of the wasteland, I've spent time observing them and gathering information from those individuals lucky enough to survive first-hand encounters with the scorched. There are still far more questions than answers, but I believe I've made progress in my understanding of these enigmatic and fearsome creatures. Details on specific subjects follow. Scorch Beasts. Scorch Beasts. The name conjures terrifying images of huge mutated bats that poison the ground and warp living creatures into deadly thralls. We first learned about the scorched beasts from the Brotherhood of Steel, whose soldiers encountered the creature on the south-east. At first nobody believed that what they were describing could be real. We thought it was a bullshit story, giving the Brotherhood an excuse to commandeer our ammo and supplies. We were wrong. I'll never forget the first time I saw one of those monstrosities, black wings against the blood-red sunset. Talk about a reality check. We know far too little about these creatures, but we do know they aren't strictly nocturnal. They also seem equally willing to move alone or in small groups, and they're highly aggressive. Worse than that, they're dangerously radioactive, which I believe is an important clue about their origin. If we ever get hold of one for a study, I think we could learn a lot about them. Unfortunately, being anywhere close to a scorched beast is a near-certain death sentence, and not just because of the radiation. I'll cover that more in the next entry. A Scorched Plague. I'd love to give a detailed explanation of what the Scorched Plague is and how it works, but right now we know so little it just wouldn't be possible. Frankly, it's damn frustrating. What we do know is that living creatures that come into contact with the scorched beast sometimes begin to mutate. The victim's skin turns dark, almost black, with a smell of ash. Some kind of biochemical process takes hold at this point. Lesions that burn with the intense heat begin to form on the victim's body. The affected creature appears to be covered in smoldering embers. In the case of humans, higher mental function eventually disappears, replaced by extreme, almost animalistic aggression. We call the creatures that are transformed in this way Scorched. Needless to say, watching a friend or loved one go through this process is both horrifying and heartbreaking. Worse, there's almost nothing we can do about it. I say almost, because we've been able to gather enough information about the Scorched Plague that we might be able to develop a vaccine against it. That's a huge maybe, but we recently found some equipment at the AVR Medical Center that's in pretty good shape. With the right facilities and a steady supply of Scorched to study, we might just find a way to counter this terrible disease or possibly even reverse it. Only time will tell. I hope by now that I've made one point crystal clear. The Scorched are lethal. They're nothing less than an existential threat. If we cannot find a way to defeat them, or at the very least contain them, there's no reason to think they won't spread far and wide transforming or destroying everything in their path. We don't know nearly enough about the Scorched to develop real tactics. What we know so far mostly amounts to common sense approaches for dealing with any deadly predator. I'll summarize those points below. If you're unfortunate enough to encounter a Scorched Beast, likely because it has decided to hunt you, do everything in your power to keep away from it. If you've got a gun and can find an enclosed space to fire from, that's ideal. Scorched Beasts are too big to fit into small spaces. Remember that Scorched Beasts emit strong radiation. That, coupled with their powerful bite, could compel you to keep your distance at all costs. If you've got no other choice, you should at least consider using some Red Axe before you engage the creature at close range. Scorched humans are savage and deadly. While their abilities to speak is limited, don't think they're mindless. They retain enough intelligence and memory to use guns and other weapons, and they're hostile to you just about everything they perceive as a potential threat. Fight the Scorched as you would a raider, albeit one with a deadly plague. Of vital importance is keeping your distance to minimize the risk of infection. Stay in cover when you can, but give ground when you need to. Do not let them get close. I know that's not much to go on. There's still so much we don't know about these creatures. Hopefully it'll help at least a little. This concludes my report. Okay. Messages. So. Das haben wir also geschafft. Ka-ching. Okay. Oh, die Summerset Special. Gut. Quest started an ounce of prevention. Study Dr. Hudson's research. Ist immer noch hier? Oder ist es zum Blaze Ails? Doktor... Moment mal. Weiling den Sound hier? Minhumanization wir ja genau sehen wir ja ja. Na holl. Nein, dass du hier. Das ist doch hier. Kas Manuel Baba die Hindu und hierin. Hין sicher, Wanna dann dies aus? Oh, das ist doch hier. Das ist doch hier. Und das ist doch hier. Ich glaube ich muss hier erstmal wieder raus, das war woanders. Ist auch ein bisschen affig, dass man jetzt hier erst die Hinweise kriegt, wie man gegen die Scorched kämpft, nachdem man bestimmt schon 400 von denen erschossen hat, mindestens. Ich glaube ich ziehe jetzt mal mein Camp wieder nach. Und schön langsam überkommt mich auch so ein bisschen der Drang, mal ein schöneres Camp zu bauen, zumal das jetzt immerhin so weit gepatcht wurde, dass wenn du auf einem Server landest, wo andere Leute sich da schon hingesetzt haben, dann kannst du sagen, nee ich will auf einen anderen Server, dann wird nicht dein ganzes Camp wieder auseinander genommen. Guck mal an. Endurance. Knack. Super Stimpack. Safe. Bist. Wo sind wir Schloss Knack-Skill? Oh, was gibt es hier? Psych-Eval. Das haben die immer noch nicht gepatcht, ey, das gibt es doch nicht. Arrgh. 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 Okay. Okay. Okay, Quest-Owner, da muss es wohl eine Quest geben. Ja. Gibt es hier noch zu finden? Oh. 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 Da mal kurz hoch, wenn sie uns schon drängen. Wenn sie vor allem noch wieder Power-Rüstung anziehen, habe ich nämlich auf einmal gleich viel mehr Tragikapazität. Was ist das Gitter? jetzt getroffen oder nicht wenigstens haben die hier ordentlich shotgun teile dabei es war eine hellige Woche, ich erzähle dir wir verloren, mehr gute Leute gegen diese verdammten Dinge wieder jetzt habe ich Shabbos gesagt, dass wir ein neue Radio-Signal nehmen jemanden fragt für Hilfe sie möchte ich meine Team und folgen bis wir sie finden kann nicht zu weit schon versucht die Kraft zu gewinnen nach hier Problem ist wir müssen direkt auf durch Raider-Country finden und ich habe nicht die Zeit oder Männer zu sparen so... ich sage es aber ich muss sagen, dass es nicht passieren wird nicht jetzt meine Team ist die letzte Linie und wenn ich sie auf einen Wild Goose-Chase wir bleiben uns selbst öfters für eine neue Christmase-Blood-Situation und du könntest behaupten ich werde das nicht wieder passieren sogar wenn es bedeutet, dass jemand da draußen uns braucht oh man wenn ich mich nicht täusche dann müssten jetzt hier auch gleich sowieso Werkbänke stehen zumindest waren in der Beta hier Werkbänke irgendwo aufgebaut und da waren überall so es gab hier so kleine Container und da waren die drin dann irre ich mich noch ja ja genau ganz schmitz ach Scrap oh man ich oh man ich oh man ich oh man ich dann Repair geht noch nicht mehr als der Standard-Messive und diese, was ist denn das für eine oh eine 44er wenn ich die auseinander nehme aber die ist eigentlich geil mag ich dieses Scope halt nicht hm hm ist halt schon nochmal was anderes hm 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 und hier war auch irgendwo gleich so eine Armor Crafting Station daneben Red Axe da geht nichts da geht nichts Ah, hier kann man Klavier spielen. Geil, die auch noch nicht gemacht. Geil, die auch noch nicht gemacht. Da sind die ganzen anderen Instrumente auch. Hier kann man voll abjammen. Na toll, die hat die Polizei vor mir auch gegeben. Die haben nicht das Gefühl, dass man wichtig ist. Genau, die hier meinte ich. Oh. 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 Okidoki Bin immer noch zu schwer, aber gut Dann ziehe ich jetzt schnell mein Camp nach Oder weißt du was? Was soll der ja jetzt? Ich habe eine Powerrüstung Ich muss nicht hier stehen Wenn wir das anhören Robocop Wo geht es jetzt hin? Wieso zum Beispiel gibt es mir denn nicht? Das Ding abwählen Jetzt müsste es mir nur noch gar nichts mehr geben Die Quest ist sehr gut Trinken das Boilenwasser Oh da oben ist eine Selbstschussanlage Kann man die abmontieren oder so? Will ich das? Was solls? Was soll der ja jetzt? Jetzt haben die wieder schöne Selbstschussanlage stehen So Da drinnen Dr. Hudson's Research Das ist was ich dabei habe Da lag das da drinnen rum und ich habe es nicht gesehen Oder triggert da irgendwas nicht richtig Ach Mir gingen doch noch gleich Emotes Hallo Äh Weiß ich nicht War es eh? Ne Eh war es nicht Eh war es Bitte spiel mal die Powerrüstung Das war dann noch gleich das blöde Emote Wheel Auf dem Controller wusste ich es Jetzt habe ich es nie gebraucht Ähm Und dann ist es hier Und dann sind es hier Und dann sind es hier Das ist der Winger Das ist der Winger Dr. Hudson Gorgener Das ist der Winger Das ist der Winger Da ist hier irgendwo drum Ich zeig ihn dieser Richtung ach da unten na dann ich hab das nicht gemerkt wissen wir jetzt wo wir hin müssen nämlich 6000 kilometer nach da unten was unterwegs alles findet jetzt nach wohl nicht Hunger hat er da oben back on the beach die fans stile hat dass die patrouille wo ist Stealhard. Okay. Can do. Ich habe keinen von denen gelootet. Ich habe es wohl. Ich habe es wohl zu gut. Das hier ist Stealhard. Check in here. Botshop. Das scheint Stealhard zu sein. Activate Stealhard. Zahrobo-Kumpel. Zahrobo-Kumpel. Wir haben an dieser Stelle mal eine kurze Pause in der nächsten Folge. Eskortieren wir dann Stealhard weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.